Einen wunderschönen guten Morgen meine Lieben oder auch schönen Nachmittag oder schönen Abend, je nachdem wann du das Video gerade schaust. Bei mir ist es gerade in der Früh, ich trinke meinen ersten Kaffee und habe mir gedacht, ich mache ein kurzes Video zu dem Thema Lichtkörperprozess in meiner Rubrik spirituelle Konzepte einfach erklärt. Ja, was ist dieser Lichtkörperprozess eigentlich? Der Begriff Lichtkörperprozess, ja so um das Jahr 2000 herum glaube ich ist er das erste Mal aufgetreten, im Zusammenhang mit einer Reihe von Symptomen, die ein Mensch haben kann, wenn er sich für den spirituellen Weg entscheidet. Heute wird das oft im Zusammenhang damit gesehen, dass sich die Erde in diesem Bewusstseinswandel, in dem wir uns gerade befinden, in eine höhere Frequenz begibt. Und natürlich der physische Körper, der ein Teil der Erde ist, da mitgehen muss und dementsprechend muss sich der Körper anstrengen, braucht mehr Energie und entwickelt hin und wieder mal eine Reihe von Symptomen. Es gibt aber auch andere Theorien dazu, dass das zum Beispiel unabhängig von dem Aufstieg der physischen Erde auch passieren kann. Nämlich dann, wenn die Seele sich entscheidet, tatsächlich unabhängig von der gesamten Menschheit aufzusteigen, was ja durchaus möglich ist. Also auch Jesus ist ja auferstanden, aufgestiegen sozusagen und es würde ja sonst auch keine aufgestiegenen Meister geben. Und dass auch dann unabhängig von einem globalen Transformationsprozess diese Symptome auftreten können. Und einige gehen auch davon aus, dass jetzt im globalen Transformationsprozess nicht alle Menschen von dem Lichtkörperprozess betroffen sind. Also es gibt da schon einmal verschiedene Theorien dazu. Was ganz interessant allerdings jetzt ist, im Zusammenhang mit dem globalen Transformationsprozess, dass man tatsächlich feststellen kann, wenn man ein wenig beobachtet, dass es da schon messbare Zusammenhänge gibt. Und zwar zwischen kollektiven Lichtkörper-Symptomen und der Schumann-Resonanz oder Sonnenstürmen, Magnetfeldstürmen. Also dass immer wenn so diese Urfrequenz der Erde gerade in Bewegung ist, dass auch viele Menschen ähnliche Symptome aufweisen. Und dass es dann tatsächlich auch fast immer Menschen betrifft, die sich auf irgendeine Art und Weise auf dem spirituellen Weg befinden. Und auf dem spirituellen Weg, sich zu befinden, bedeutet nicht, dass man darüber Bescheid wissen muss. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil uns wird von Seiten von manchen Wissenschaftlern, wird uns ja vorgeworfen, dass wir uns das einbilden würden. Also ich habe vor kurzem erst einen Artikel gelesen, wo wir mal wieder kollektiv als Esoteriker und Schwurbler bezeichnet wurden, wie es ja heutzutage so gern heißt. Und da sternt eben drinnen, wir würden uns das einbilden mit der Schumann-Resonanz, dass man das spüren kann. Ich kann das auf jeden Fall dementieren. Ich beschäftige mich nämlich tatsächlich sehr, sehr wenig damit. Also ich bin da auch überhaupt kein Profi auf dem Gebiet. Und wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, bin ich auch wirklich der falsche Ansprechpartner. Da gibt es ganz andere. Da kann man auch ziemlich viel drüber googeln und wird auch richtig Personen finden, die sich wirklich damit beschäftigen. Und bei mir ist es aber so, dass immer, wenn ich gewisse Symptome spüre, wo ich mir denke, okay, das könnte jetzt mit dem Lichtkörperprozess zusammenhängen. Und wenn ich auch bemerke, dass gerade meine Klienten und Kunden in dieser Zeit auch alle von ähnlichen Symptomen sprechen, dass ich dann oft im Nachhinein nachschaue, ob da gerade irgendetwas passiert. Oder ich werde oft darauf hingewiesen, dass das gerade der Fall ist. Meistens momentan von der lieben Blantina. Ganz viele Grüße in die Richtung Hamburg. Also ich weiß es im Vorfeld überhaupt nicht, ob sich da gerade irgendwas verändert hat bei der Schumannfrequenz, ob es gerade Sonnenstimme gibt. Ich erfahre das dann meistens im Nachhinein, wenn ich mich dann darüber informiere. Das heißt, einreden kann ich es mir in dem Sinn nicht. Und das ist jetzt bei mir sicherlich schon seit gut zehn Jahren so, dass ich das beobachten kann. Sowohl bei mir als auch bei Klienten, die nicht darüber Bescheid wissen, die sich auch gar nicht mit der Thematik eingehend beschäftigen. Und oft, die meisten wissen nicht einmal, dass es da Zusammenhänge gibt. Ja, aktuell ist es ja gerade so, jetzt haben wir gerade Mai 2021, dass sehr, sehr viele über Müdigkeit und über Konzentrationsprobleme klagen. Und das merke ich auch ganz stark. Ich höre es auch von vielen Klienten und Kunden. Vielleicht geht es dir ja gerade auch so. Das ist zum Beispiel so ein Zeichen, dass das ein Lichtkörpersymptom ist. Und für diejenigen, die sich dann noch nicht sicher sind und zum Arzt gehen, ist es dann auch meistens so, dass dann nichts gefunden wird. Also ganz am Anfang, so 2010 herum, war das bei mir ganz stark, wo ich so richtig intensiv das erste Mal Lichtkörpersymptome gefühlt habe. Und damals bin ich auch tatsächlich noch hin und wieder mal zum Arzt gegangen, wenn ich ganz unsicher war. Und es hat sich tatsächlich immer wieder herausgestellt, es gibt keine sichtliche Ursache für diese Symptome. Und oft war es dann auch so, dass die meisten der Symptome nach wenigen Tagen, die längeren manchmal auch nach einigen Wochen, wieder sank und klanglos verschwunden sind. Lichtkörpersymptome, Lichtkörperprozesssymptome gibt es viele. Es gibt emotionale Symptome, es gibt mentale Symptome und es gibt physische Symptome. Ich habe mir damals das Buch, ich hoffe ich spreche es richtig aus, von der Rangin Anselmi, der Lichtkörper, gekauft. Es ist glaube ich 2004 oder 2005 erschienen und das war zu der damaligen Zeit so für die meisten, die sich auf dem Weg befunden haben, so eine regelrechte Bibel. Man konnte nämlich wirklich jedes Symptom drin nachschlagen und man hat sich so ein bisschen beruhigt gefühlt. Also für mich war dieses Buch damals unglaublich wichtig, weil es hat mich wahnsinnig beruhigt. Weil wenn man viele der Symptome, die ich hatte, auf Google eingibt, dann heißt es immer Krebs. Und tatsächlich, ich lebe heute immer noch, obwohl ich wirklich fast die gesamte Symptomliste aus diesem Buch durchlaufen habe. Und auch heute natürlich, gerade jetzt, wo sich die Frequenz der Erde noch weiter erhöht, steigen die Symptome natürlich auch immer wieder an. Ob du die Symptome stark oder weniger stark spürst, da gibt es viele Zusammenhänge. Also das kann, es liegt erstens einmal an deinen Themen, es liegt an deiner Gesundheit, wie du dich ernährst. Zum Teil auch, wie alt man ist natürlich. Aber auch das Bewusstsein spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, ich habe es in irgendeinem anderen Video auch schon mal erzählt. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich wirklich wahnsinnig unbedingt ständig so gesund ernährt. Ich trinke ja auch gerade Kaffee und viele auf dem spirituellen Weg haben sich das längst abgewöhnt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich ernähre mich ungesund, also ich ernähre mich jetzt nicht von Fastfood oder solchen Sachen, aber ich trinke schon einmal ganz gern ein Bier und esse auch durchaus gern mal ein bisschen deftiger. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich ernähre mich von Rohkost und schaue, dass das wirklich ganz perfekt alles super gesund ist. Also gerade muss ich gestehen, mein Frühstück heute hat aus einem Käsetoast bestanden mit Kaffee. Also ich denke, da sind einige auf dem spirituellen Weg um einiges gesünder unterwegs wie ich. Trotzdem koche ich sehr oft mit viel Gemüse und kann auch nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie mich schlecht ernähre. Die Lichtkörpersymptome würde ich bei mir so heute einordnen im mittleren Bereich. Ich fühle sie, aber ich fühle sie nicht immer unbedingt so stark. Und wenn sie allerdings mit meinem physischen Körper in Resonanz gehen, also mit meinen Themen, die auch mein physischer Körper hat, dann spüre ich sie intensiv. Also wenn du zum Beispiel, also was auch aktuell viele beklagen, sind Rückenschmerzen. Wenn du aus irgendeinem Grund zu Rückenschmerzen ohnehin schon neigst, dann kann es sein, dass sich deine Rückenschmerzen besonders schlimm anfühlen. Wenn du oder du neigst zum Beispiel dazu, du hast hauptsächlich Nackenschmerzen und plötzlich bekommst du Schmerzen im unteren Rücken und das ist neu für dich, könnte auch ein Hinweis auf Lichtkörperprozesssymptome sein. Wenn du jetzt gar nicht zu Rückenschmerzen neigst, dann hast du sie vielleicht nur leicht oder vielleicht sogar gar nicht, weil du gerade erst Anfang 20 bist und dein Körper diesen Prozess, diesen Transformationsprozess einfach noch viel besser wegsteckt und es da auch keine Thematik gibt. Aktuell eben diese Konzentrationsprobleme und die Müdigkeit, das sind zum Beispiel Symptome, die auch bei der Krankheit Hashimoto auftreten, die ich angeblich habe. Ich sage bis heute angeblich, ich habe die Diagnose immer noch nicht ganz akzeptiert. Und ich kenne aber diese Symptomatik von der Anfangszeit, wo ich die Diagnose bekommen habe vor einigen Jahren und jetzt, wo das gerade so viele wahrnehmen, muss ich auch tatsächlich sagen, ist es bei mir manchmal ganz besonders stark. Also gestern zum Beispiel hatte ich eine Rückführung und ich habe mir wahnsinnig schwer getan, mich zu konzentrieren und das bei Hypnose-Texten, die ich jetzt seit 15 Jahren tagtäglich fast spreche und die ich schon in- und auswendig kann. Was kannst du tun, um mit dem Lichtkörperprozess gut und vernünftig umzugehen? Da gibt es viele Tipps. Ich glaube, der Tipp Nummer eins, den man überall findet, ist viel, viel Wasser trinken. In manchen Texten oder Büchern gibt es sogar Mengenangaben, da halte ich ein bisschen Abstand davon. Also wenn da steht, alle sollten jetzt 2,5 bis 3 Liter Wasser trinken, muss ich dazu sagen, das liegt schon an der Körpergröße. Also wenn ich mit meinen 1,57 Meter 2 bis 3 Liter Wasser am Tag trinke, brauche ich meine Toilette gar nicht mehr verlassen. Also bei mir reichen so 1,5 bis 2 Liter vollkommen aus, dass ich mich wohlfühle. Also einfach herausfinden, wo fühlt ihr euch wohl? Was müsst ihr bei eurer Ernährung verändern? Es ist nicht unbedingt so, dass jetzt bei jedem es funktioniert, weniger Gluten zu essen zum Beispiel und so weiter. Also ihr müsst wirklich herausfinden, was euch gerade gut tut. Und ich kann euch nur sagen, innerhalb des Lichtkörperprozesses, das kann sich auch wieder verändern. Ich konnte über Jahre hinweg keinen einzigen Schluck Alkohol trinken. Also ich habe das überhaupt nicht vertragen. Es ging mir gar nicht gut damit. Ich habe es dann auch einfach über Jahre nicht getan. Heute ist es so, dass ich durchaus hin und wieder Alkohol trinken kann. Ich selbst vertrage am allerbesten, wenn dann einmal ein Bier, vertrage ich besser als Wein oder andere Sachen. Aber ich kann es wieder trinken, ohne dass es mir wahnsinnig schlecht geht. Wenn ich es übertreibe, das vertrage ich heute überhaupt nicht mehr. Das könnte jetzt am Alter liegen oder auch im Lichtkörperprozess. Aber findet für euch raus, also findet du für dich raus, was innerhalb des Lichtkörperprozesses verträgst du gerade und was nicht und dann lass es einfach weg. Das hilft am allermeisten und das können manchmal ganz ungewöhnliche Dinge sein. Also manchmal ist es wirklich etwas, wo du denkst, okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es das ist. Und manchmal kannst du Sachen essen, die andere im Lichtkörperprozess eben nicht können. Also ich kenne ganz viele, die können jetzt überhaupt keinen Schluck Alkohol vertragen. Ich kann es halt. Ich kenne viele, die lassen den Zucker komplett weg und andere, die gerade für ihr seelisches Wohl in dieser Zeit oft ganz besonders viele Süßigkeiten essen. Und auch das ist dann vollkommen in Ordnung. Es gibt keine Regel. Es geht wirklich jetzt gerade nur darum, spür deinen Körper. Wenn du dich stur beim Lichtkörperprozess an irgendwelchen Regeln haltest, dann verstehst du das Prinzip dieses Aufstiegsprozesses gar nicht. Denn das Allerwichtigste, wenn du aufsteigst oder wenn wir in ein höheres Bewusstsein aufsteigen, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit, Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst zu sein und wirklich achtsam und bewusst zu beobachten, was tut mir gerade gut, was tut mir gerade nicht gut. Und das dann auch spontan der Situation entsprechend anzupassen und flexibel zu bleiben. Es ist die alte Welt, in der wir immer noch nach Anweisungen und Anordnungen suchen. Okay, wie soll ich mich jetzt ernähren? Was soll ich jetzt tun? In der neuen Welt, da wo wir uns hinbewegen, geht es wirklich darum, unsere Individualität zu entdecken. Unseren individuellen Weg zu gehen. Und der ist ganz anders als der Weg von jemand anderem. Natürlich ist es sehr, sehr beruhigend, gerade im Bereich des Lichtkörperprozesses, wenn wir uns gerade innerhalb von so einer Phase, von so einem Schub befinden, dann nachzugoogeln und nachzuschauen und herauszufinden, es geht mir nicht allein gerade so, es geht gerade ganz vielen genauso wie mir. Das ist sehr beruhigend, weil gerade wenn man sich so wie ich über zehn Jahre im Lichtkörperprozess immer wieder befindet, ist es auch immer wieder zum Arzt laufen und abzuklären. Also ich habe gelernt, da für mich auch einmal zu beobachten, abzuwarten. Und es ist auch für viele von euch, die vielleicht nicht so wie ich jetzt, ich wohne hier in Wien, in der Stadt, es gibt hier ganz tolle Alternativärzte, die jetzt nicht schulmedizinisch arbeiten. Aber viele sitzen ja auch von euch irgendwo vielleicht am Land, wo man jetzt nicht so schnell zu einem alternativen Arzt findet und man doch recht schnell mit Medikamenten versorgt wird, die der Körper gerade eigentlich nicht unbedingt benötigt. Ja, ich hoffe, ich darf das hier jetzt überhaupt sagen. Also falls nicht, sage ich jetzt gleich dazu, das ist meine persönliche Meinung und kein Ratschlag. Ich bin kein Mediziner. Weiß ja heutzutage nicht mehr, was man sagen darf und was nicht, gerade in Zeiten der Zensur. Gut, ihr Lieben. Das war es aber jetzt auch schon. Ich habe jetzt einmal so einfach so ein bisschen gequatscht über dieses Thema. Ich bin kein Profi auf diesem Thema, nur insofern, dass ich viele Erfahrungen selbst gemacht habe mit diesem Prozess und viele Menschen kennen ihn, das auch haben und festgestellt habe, Ja, es gibt ihn, auch wenn man sich nicht damit beschäftigt und man jetzt nicht sagen kann, ich rede mir das nur ein. Nein, auch wenn du dich nicht damit beschäftigst. Er ist da und wenn du ihn spürst, dann gehörst du auch zu dieser Gruppe, die gerade mitten im Umbau ist. Also bis zum nächsten Mal sage ich jetzt alles Liebe und Tschüss.